Neues Fitnessstudio in der Kreisstadt. Öffnung trotz Corona Anfang April. Bordbegeisterte können ab dem 1. April, sofern Corona es zulässt, ein neues Fitnessstudio besuchen. In Halberstadt öffnet in der Rudolf-Diesel-Straße ein Cleverfit seine Tore. Das gleichnamige Franchise betreibt mittlerweile über 300 Standorte in ganz Deutschland. Aktuell befindet sich das zukünftige Fitnessstudio noch in der Umbauphase, doch bis zum Öffnungstermin sollte alles fertig sein. Wir haben vor, am 1. April hier zu eröffnen, soweit wir es können. Das ist zumindest der Plan. Bis dahin wird noch einiges passieren. Wir werden jetzt nächste Woche anfangen, hier den Fußboden zu verlegen. Dann kommen auch schon die ersten Lieferanten für die ganze Technik. Die Geräte werden geliefert. Dann hoffen wir, dass wir am 1. April hier eine schöne Eröffnungsfeier starten können. Natürlich unter den Corona-Maßnahmen, die zurzeit gelten. Und hoffen, dass wir hier die Mitglieder in Zukunft glücklich machen können. Um eventuelle Hygienekonzepte zu erfüllen, werden Geräte bereits in einem Abstand von anderthalb Metern platziert. Ebenfalls wird ein Luftreinigungssystem installiert, welches alle halbe Stunde die Luftviren freimacht und ein Mittel, mit dem Kontaktflächen behandelt werden, um sie virenabweisend zu versiegeln. Allgemein achtet Robert Hauke darauf, dass am Ende der Umbaumaßnahmen alle Sportler in einer Wohlfühl-Atmosphäre trainieren können. Bei uns kann man auf jeden Fall einen super guten Service erwarten. Da legen wir sehr viel Wert drauf bei Cleverfit. Unsere Leute werden gut geschult. Und jeder, der hier bei uns sich anmeldet oder bei uns trainiert, bekommt auch vorher erstmal einen Körpercheck, kriegt auch einen Trainingsplan, der individuell auch geschrieben wird und kriegt auch eine vernünftige Einweisung an den Geräten, sodass auch jeder das bekommt, was er auch wirklich für sich braucht. Und ja, so gehen wir an die Mitglieder ran. Alle Mitglieder können frei vom sämtlichen Papierstress alle bürokratischen Abläufe über eine App gestalten und lästige Verkaufsgespräche oder drängelnde Angestellte gehören der Vergangenheit an. Neben der Digitalisierung vieler Abläufe bietet das Cleverfit Fitnessstudio eine moderne Ausstattung mit hochwertigen Geräten sowie geschultes Personal. Jetzt muss nur noch gehofft werden, dass der Eröffnungstermin am 1. April eingehalten werden kann. Ich denke schon, dass irgendwann jetzt auch der Zeitpunkt kommt, dass wir es dürfen. Also Fakt ist auf jeden Fall, am 1.4. wäre unser Plan, dass wir eröffnen können. Da sind wir bereit. Wenn es sich nochmal eine Woche verschiebt, okay, damit müssen wir einfach leben. Aber wir haben ja auch gewisse Maßnahmen auch ergriffen, damit die Leute hier auch vernünftig trainieren können. Also gewisse Hygienekonzepte auch. Das Cleverfit Fitnessstudio in Halverstadt wäre rein theoretisch ab dem 1. April bereit für die neue Eröffnung mit Sporttreibenden. Inwiefern dies durch Corona möglich ist, ist aktuell noch nicht abzusehen. Vorbereitungen für eventuelle Hygienekonzepte sind getroffen worden und man wartet gespannt auf die Zukunft. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020